hallo schön dass du wieder auf meinem kanal bist heute möchte ich mir gerne tofu rührei machen natürlich ohne ei ich habe gewürzt mit ein bisschen brühe steinsalz das macht den geschmack von ei also das ist immer lecker das riecht hier schon wie obwohl es gar kein ei ist das brate ich und dann möchte ich gerne ein pfannenbrot dazu machen ich habe auch mit gefeucherten paprika gewürzt mit gewürzpfeffer das brate ich dann schön an jetzt wird mein rühre tofu angebraten bisschen knusprig mit einem ticken butter und öl dann kommt noch ein bisschen parmesan hinzu dann ist das schon mal fertig für mein baslama ohne hefe habe ich jetzt einen teig vorbereitet den lasse ich jetzt noch ein bisschen ziehen und bin selber gespannt nachdem ich das rühre tofu fertig zubereitet habe habe ich mich dann meinen pfannenbrot gewidmet ich habe aus dem teig kleine kugeln geformt aus denen kugeln dann fladen zubereitet die müssen nicht so groß sein also die größe kann jeder für sich selber bestimmen dann ab in eine pfanne ohne öl gebacken immer schön drauf geachtet und nicht zu heiß sonst verbrennt das pfannenbrot und als ich fertig war mit dem pfannenbrot habe ich die mit butter eingerieben das gibt noch mal einen leckeren geschmack und wer das einmal gegessen hat packt sein brot so selber schmeckt zu dem essen kann man belegen kann man füllen gibt es leckere rezepte einfach mal probieren tolles vegetarisches gericht wenn dir das video gefallen hat lass doch gerne ein like ein kommentar oder ein abo da würde ich mich sehr freuen bis zum nächsten video vielen dank für deine zeit bis zum nächsten video